Okay, Thema Schalke. Thema Schalke. Hab ich Bock. Ah, okay, ich werd mich heute nicht aufregen. Ich werd mich heute nicht aufregen, weil heute ist Freitag und das Spiel war Mittwoch. Das ist schon länger als 24 Stunden her. Draußen ist der Klüngelkerl. Die wollen wahrscheinlich meinen Schrott abholen. Ergo alles, was ich von Schalke 04 besitze. Korrekt, korrekt, wirklich. Dankeschön, lieber Gott, dass wenn ich über Schalke rede, wir beim Thema Schrott sind Klüngelkerl können. Das ist wirklich ironie, das Schicksal, dass einfach Klüngelkerl kommt, wenn ich über diesen Schrott von dieser Mannschaft rede. Nice one. Okay, fangen wir an. Es ist tatsächlich einfach, es ist tatsächlich einfach genau das passiert, was ich prediktet hab in diesem Spiel. Wir sind mit drei Innenverteidigern in dieses Spiel gegangen. Mit Alessandro Schöpf auf der Zehn. Kutuccio hat mal wieder auf der Bank geschimmelt und wurde in der 70. Minute reingeschmissen. Mit der Aufgabe, hier 19-Jähriger, regel das mal. Ja, und wir haben irgendwann in der 50. Minute absolut durch irgendein Zufallsprodukt ein Kopfballtor gemacht. Unser erstes Tor nach gefühlt 900 Jahren. Und was ist passiert? Wir haben danach natürlich noch zwei Gegentore kassiert und das Spiel verloren. Und ja, jetzt gibt es natürlich die einen Leute, wie den Klüngelkerl, der richtig Alarm macht. Dann gibt es natürlich die einen Leute, wie den einen oder anderen Cheftrainer, der sich dann nach dem Spiel hinsetzt und mir dann einfach erzählen will, dass es ein super Auswärtsspiel ist. Weil wir ja 1-0 geführt haben. Bruder, wir haben mit acht, mit acht defensiven Spielern auswärts in Düsseldorf uns eine Niederlage ermauert. Und hatten 30% Ballbesitz. Den musste ich erstmal sacken lassen. Also Mittwoch war ich, Mittwoch war ich noch krasser abgefuckt als gegen Augsburg. Bruder, und dann liegst du da 2-1 hinten und dieser Mensch wechselt in der 85. Minute, in der 85. Minute wechselt dieser Mensch den vierten Innenverteidiger ein. Den vierten Innenverteidiger. Du liegst 2-1 hinten und hast vier Innenverteidiger auf dem Feld. Gewollt. Und dann entstehen solche lustigen Situationen in der 90. Minute, wo einfach Todibo auf dem linken Flügel Salib Sané in den Lauf schickt. Soll ich euch noch was Lustiges erzählen? Du hast vier Innenverteidiger auf dem Feld. Okay, drei Innenverteidiger zu dem Zeitpunkt. Du spielst mit drei Innenverteidigern, die gefühlt alle zwei Meter groß und zwei Meter breit sind. Weißt du, wie du die Gegentore kriegst? Nach Standards. Dieser Verein ist so schlecht, Digga. Dieser Verein ist so erbärmlich und schlecht. Diese Taktik ist so erbärmlich und schlecht. Bruder, du spielst mit drei Innenverteidigern beim Tabellenfünfzehnten und kriegst zwei Standardgegentore. Bruder, wir würden aktuell selbst gegen, weiß ich nicht, gegen Viktoria Krüppelfuß Standardgegentore bekommen. Selbst wenn wir mit sechs Innenverteidigern spielen. So schlecht sind wir, Alter. Nassim saß übrigens wieder 90 Minuten auf der Bank. Irgendwann in der 80. Minute kam dann Ahmet Kututsu. Sechzehnten! Sechzehnten! Irgendwann in der 80. Minute kam dann Ahmet Kututsu wieder mit der Mission, rette bitte den Verein und die ganze Welt ins Spiel. Hat natürlich nicht funktioniert. Ähm. Ja. Ja. Ich habe heute einen Funfact auf Twitter gelesen. Wisst ihr, wer diese Saison mehr Tore gemacht hat als unser berühmt-berüchtigter Mittelstürmer Guido Burgstaller? Wisst ihr, wer mehr Saisontore hat in einer Top-5-Liga? Wisst ihr, wer mehr Saisontore hat? Fucking Hamza Mendiel. Hamza Mendiel, der sogar bei Dijon oder wohin der ausgeliehen ist. Der spielt nicht im Sturm, ja. Es ist nicht Tedesco-System. Der spielt nicht im Sturm. Der spielt Linksverteidiger. Und er hat ein Tor mehr als Burgstaller. Wisst ihr, wer noch ein Tor mehr hat als Burgstaller? Fucking Dennis Diekmeier. Der vor Jahr 288 Profispiele in Folge kein Tor geschossen hat. Fucking Dennis Diekmeier hat diese Saison mehr Tore geschossen als Guido Burgstaller. Oh man! Wisst ihr, was das Schlimme ist? So bis Mittwochabend. Mittwochabend war ich extrem sauer. Mittwochabend war ich richtig sauer. Jarstein hat auch schon ein Tor. Nice. So. Mittwochabend war ich richtig sauer. So. Hätte ich mich nicht ein bisschen im Zaun gehalten, ich wäre am Mittwochabend einfach nur wegen Twitter-Postings alle meine Partner losgeworden. Weil ich war kurz davor, diesen Verein wirklich aufs Knochenmark wegzubeleidigen. Wirklich ohne Maulkorb, ohne alles. Wirklich. Ich war kurz davor, den ganzen Verein als einen einzigen Person zu beleidigen. Das war wirklich, ich hatte den Tweet quasi schon abgesetzt und hab mich dann zurückgelehnt und hab mir irgendwann gedacht, Digga, die fucken mich so krass ab. Das ist so ein unterirdischer Müll. Die sind nicht mal mehr wert, auf Twitter gefickt zu werden von mir. Die sind es nicht mal wert. Weg mit denen. Scheiß auf die. So. Jetzt. Jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich letzte Saison war. Und das ist ein trauriger Punkt. Wir befinden uns nämlich am 28. Nächste Woche am 29. Spieltag, wenn ich mich nicht täusche. Und wir können zwar rein rechnerisch noch irgendwie auf die Europa-League-Plätze kommen. Was nicht passieren wird, Leute. Machen wir uns nichts vor. Wir haben in den letzten neun Spielen oder so, unsere Tordifferenz ist 2 zu 24 oder so. 3 zu 24. Keine Ahnung. Wollt ihr drüber reden. Ja. Ist alles am Marsch. Aber rein rechnerisch würde es noch gehen. Die sind tatsächlich nur so 4-5 Punkte vor uns. Absteigen können wir aber sowieso nicht mehr. Ergo. Wir sind an dem Punkt in der Saison angelangt. Und das ist traurig. Die Bundesliga ist für mich alles, was mit dem FC Schalke zu tun hat, seit dem Mittwochspiel eine fucking Comedy-Veranstaltung. Kein Scheiß. Ich gucke diese Spiele einfach nur noch mit so einer Gehässigkeit, weil ich mir einfach denke, so Digga, lass es einfach. Lass es einfach vorbeigehen. Ich kann darüber nur noch lachen. Dieser Typ geht mit 3, mit 5 Abwehrspielern und 3 Sechsern davor. Der hat ein 5-3-2-System. Beim Tabellen-16. gespielt. Mit 30% Passquote und 20% Ballbesitz. Liegt 2-1 hinten. Zwei Standard gegen Tore. Und wechselt in der 80. Minute einfach noch den Innenverteidiger ein. Das war wirklich der Moment, der hat mich gebrochen. Der hat mein Schalke-Fan-Dasein. Ich wurde am Mittwoch in diesem Spiel, ich wurde gebrochen. Ehrlich. Mir ist es scheißegal, was diese Mannschaft diese Saison noch macht. Ehrlich. Mir ist es scheißegal. Ich guck mir das einfach nur noch an und lach die aus. Weil das wirklich einfach erwärmliche Scheiße ist. Wisst ihr, wer einfach gestern, wisst ihr, wer gestern einfach den kompletten Verein gefickt hat? Der Vater von Max Meier. Der Typ ist einfach noch mehr Weltklasse als der eigentliche Max Meier. Krank, oder? Der Typ macht einfach eine Instagram-Story. Wie der mit einem Lamborghini durch Gelsenkirchen fährt. Und sagt, ey Jungs, beste Leben, Alter. Ich sag euch, wisst ihr, was Leben genießen ist? Durch den fucking, durch fucking Gelsenkirchen am Pleite-Club vorbeizufahren mit dem Lamborghini, den die Wichser bezahlt haben. Und der Typ wird dafür gehatet. Ich feier den. Ich feier den. Max Meiers Vater. Was für ein Ehrenmann. Er spricht aus, was wir alle denken. Was für eine fucking Legende, Alter. Was für eine fucking Legende, Mann. Dieser Verein. Dieser Verein, Alter. Ey, zu krass. Er meint, er wäre es eigentlich... Ach, Digga, was für verlorene Wette. Der Typ hat einfach komplett... Der hat einfach komplette Facts gespittet, Mann. Das ist so... Das ist einfach true, Mann. Das ist true. Hammer. Ey, wirklich. Ich bin... Und es tut so weh zu sagen. Aber... Ich bin an dem Punkt angelangt. Wirklich diese Saison... Mach. Mach einfach. Ja. Also... Ich sag euch ganz ehrlich. Mein Anspruch jetzt für diese Saison ist, einfach in den letzten Spielen... Wenigstens, wenn wir schon Punkte verschenken, an ehrenhafte Teams Punkte zu verschenken. Also ich muss nämlich ganz ehrlich sagen, ich möchte unbedingt, dass Werder Bremen in der 1. Liga bleibt, weil das ein sehr sympathischer Verein ist. Ähm... Ich hoffe, dass wir jetzt am Wochenende nicht auf einmal irgendwie 1-0 gewinnen oder so. Weil, wenn wir diese Saison noch irgendwas Sinnvolles machen können, dann ist es am Wochenende 4-0... Ist ja schon morgen. Fuck my life. Morgen irgendwie 4-0 gegen Bremen rasiert zu werden, damit die irgendwie in der 1. Liga bleiben und noch eine gute Torreferenz kriegen. So. Weil was anderes können wir de facto nicht mehr machen, weil wir sind scheiße wie die Nacht, Alter. Und wir spielen mit vier Innenverteidigern auswärts beim 16. Und haben 30% Ballbesitz und kriegt zwei Standard-Gegentore. Also von daher... So, ja, was soll ich euch erzählen, Alter? Und sag mal... Ey! Digga! Fucking Hertha BSC Berlin. Hatte Klinsmann als Trainer. Hat sich diese Saison zweimal durch einen Facebook-Livestream selber gefickt. Und hat vorne, ich glaube, 5-0-Niederlage gegen Bayern München groß erzählt, die wollen der Big City Club werden. Die haben es geschafft, dass wir noch lächerlicher sind. Wir sind schlimmer als Hertha, Mann. Innerhalb von zwei Monaten. Wir sind schlimmer als Hertha. Mann! Hertha BSC Berlin-Fans können berechtigterweise gegenüber Schalke 04-Fans eine große Fresse haben. Wer ist aktuell Letzter? Wer ist aktuell Letzter? Paderborn, glaube ich, ne? Wenn Paderborn die letzten, was sind das, sieben oder acht verbleibenden Spiele, alle 10-0 verliert, dann haben die trotzdem am Ende der Saison immer noch eine Berechtigung, unseren Scheißverein auszulachen. Und wir müssen daneben stehen, die Fresse halten und es einfach ertragen, dass wir von Paderborn-Fans ausgelacht werden. Zu Recht! Weil wir der größte Spasten-Club dieser Liga sind, Alter. Wir sind der größte Idioten-Club dieser Liga. Ehrlich, ich habe am Mittwoch schon wieder, ich habe mit meinem Kollegen, der Nils war am Start, Ehrenmann. Wir sind danach einfach mal so, einfach mal so durchgegangen. Wir haben einfach mal aufgezählt, was uns alles an diesem Club abfuckt. Und wir haben eine, diese Digga, die Liste war länger als Benjis Schwanz. Und Benjis Schwanz, der ist lang. Ich habe ihn schon gesehen, Benji hat einen ziemlich langen Schwanz, das wisst ihr alle. So, und die Liste war einfach länger. Und das ist eigentlich nicht möglich. So, passt mal auf. Uns ist dann auch einfach mal aufgefallen, uns ist dann auch einfach mal aufgefallen, und da dachte ich mir so, ja, interessant. Also, dieser Verein will mir aktuell erzählen, dass wir arm sind, kein Geld haben, die ja eigentlich nichts machen können, weil die ja kein Geld haben. Und der Verein kann auch nicht mit Stambuli verlängern, weil die halt auch einfach kein Geld machen, ja. Also, Übersetzung, sowohl David Wagner als auch alle Verantwortlichen im Verein, die können quasi nicht machen, dass es besser wird, weil die haben ja kein Geld, ja. Also, wir spielen auch mit vier Innenverteidigern auswärts in Düsseldorf, weil wir haben ja kein Geld. Gleichzeitig, gleichzeitig haben wir, und das ist krass, und jetzt haltet euch fest, schneidet euch an, haltet euch fest. Wenn ihr im Stuhl seid, haltet euch fest. An beiden Seiten. Die drei Topverdiener unseres Vereins spielen nicht mal in unserem Verein. Marc Uth, ausgeliehen an Köln, Sebastian Rudi, ausgeliehen an Anhoffenheim, und Nabil Bentaleb, ausgeliehen an irgendwas Englisches. Ich glaube, Newcastle ist das richtig. Digga, unsere drei Topverdiener spielen einfach nicht mal in unserem Verein. Wir zahlen einfach jedes Jahr 15 Millionen Euro Gehalt für Spieler, die uns nicht mal was bringen. 15 Millionen. Wisst ihr, was 15 Millionen für eine Rechnung ist? Das ist jedes Jahr ein Sebastian-Rudi-Transfer. For free. For free einfach. Dieser Verein ist so scheiße und dumm, Alter. Das ist echt traurig, Mann. 15 Millionen im Jahr. Einfach verbrannt. Für Spieler, die einfach nicht mal uns gehören. Und diese Leute wollen mir gleichzeitig erzählen, Wir haben ja kein Geld. Wir können ja nichts machen. Wir können ja nichts machen. Wir müssen eigentlich ausgliedern, weil wir in der Vergangenheit bewiesen haben, dass wir, der FC Schalke 04, bis dato eingetragener Verein, wir können eigentlich, wir können einfach gut mit Geld wirtschaften. Wisst ihr, was das ist, Alter? Das ist genauso, als würde Jürgen Klopp, der Werbung für die deutsche Vermögensberatung macht, im Werbeclip, wo ist das Geld? Hier so einen 10-Euro-Schein nehmen und den einfach anzünden und dann gleichzeitig sagen, gebt mir euer Geld, ich kann gut damit umgehen. Genau so ist das, Digga. Genau so ist das. Ohne Spaß. Also ich habe am Anfang auch die ganze Zeit Ausgliedern, Ausgliedern, Ausgliedern gerufen. Aber was soll das bringen, Alter? Was soll das? Also, nee. Also, den aktuellen Verantwortlichen möchte ich keine Ausgliederung. Also den möchte ich diese Macht nicht geben. Möchte ich nicht. Ehrlich, es tut mir leid. Aber wenn wir Ausgliedern, da, also, nee. Weil dann geht es komplett drunter und drüber. Ich bin mal gespannt, dann gibt es natürlich eine neue Ausrede, ne? Ich bin mal wirklich gespannt, was dann, vielleicht ist es dann das Wetter. Also wenn Schalke genug Geld hat und man, also keine Ahnung, seit 15 Jahren ist es bei Schalke so, immer wenn irgendwas schief läuft, dann gibt es irgendeinen Typen am Ende der Leitung, der sagt, ja, hallo, wir können aber nicht, hallo, wir sind eingetragener Verein, einer der größten Europas, wir können nicht so viel machen, weil wir haben nicht so viel Geld, ja? Ich meine, einerseits machen wir Kampferklärungen an Borussia Dortmund, die kein eingetragener Verein sind und in den letzten 15 Jahren quasi alles richtig gemacht haben, bevor die auch selbst kurz pleite waren, oder die waren jetzt sogar de facto pleite, und sagen dann, ja, wir wollen mit Dortmund wieder auf eine Ebene kommen, gleichzeitig scheißen wir aber konstant rein, ja? Sind dann innerhalb von 10 Jahren einmal vor Dortmund, wichsen uns dann darauf ein ganzes Jahr ein und dann merken wir wieder so, oh, ähm, ja, ah, aber wir können ja auch gar nicht besser sein als die anderen Vereine, weil wir haben ja kein Geld. So, nehmen wir jetzt mal an, dieser Verein hat genug Geld, was passiert da? Also dann brauchen wir eine neue Ausrede, das Schalke ohne vernünftige Ausrede funktioniert nicht. Es geht nicht. also stellt euch mal, ganz ehrlich, es wäre auch lame. Stellt euch mal vor, Schalke wäre auf einmal so, so, so reich. Das passt nicht. Das, das funktioniert nicht. So Schalke als Glamour-Club mit viel Kohle, also, ihr zahlt euch das ganz egal, höchstens einen Teil davon. Das ist mir bewusst. Es geht mir einfach um das Prinzip, dass die drei standardmäßigen Topverdiener in unserem Verein, das heißt, die de facto bestbezahltesten Spieler in unserem Verein, die teuersten Spieler, die, wenn sie bei uns spielen würden, das meiste Gehalt verschlingen würden, die spielen nicht mal bei uns. Unsere teuersten Spieler, die wir gekauft haben, die sind einfach alle nicht mehr bei uns, weil wir alle gemerkt haben, oder bei allen Spielern haben die nach so einem halben Jahr gemerkt, oh Bruder, das war ja ein absolut blinder Transfer. Das war echt nicht schlau, was wir da gemacht haben. Sebastian Rudi mit einem Körper von einem 11-Jährigen auf die 6er-Position zu stellen, nicht gut. Und dann habe ich mit dem Nils, wir saßen hier nach dem Spiel am Mittwoch und wir haben uns über so ein paar Sachen unterhalten, da können jetzt die aktuellen Verantwortlichen nicht mehr so viel für, sondern wir sind uns einfach, wir sind einfach mal so durchgegangen, was seit der Vizemeisterschaftssaison so alles schiefgegangen ist und was da für eine dumme Scheiße passiert ist. Digga, du musst dir mal vorstellen, Schalke 04 geht in der Saison als Vizemeister rein, gibt im Sommer 60 Millionen für neue Spieler aus, nachdem man Goretzka und Max Maier beide ablösefrei verliert, Shoutouts an unsere Vertragsmanagement, also das ist auch wirklich super in den letzten Jahren gewesen. Und dann spielst du gegen FC Bayern München mit Sebastian Rudi auf der 6er-Position und dann wechselst du den irgendwie nach 30 Minuten aus und sagst nach einem Spiel, wo du 5-0 weggefickt wirst, ja der ist schuld. Sebastian Rudi der Wichser, der hätte auch keinen Zweikampf gewonnen. Was ist das denn für eine Missgeburt? Sebastian Rudi, wen haben wir denn da geholt? Der wird einfach öffentlich gefickt vom ganzen Verein, weil der auf einer Position spielen soll, die der nicht kann gegen Bayern als einzelner Sechser. Hä? Also das ist genauso, als würde ich keine Ahnung, Salif Sané in den Sturm stellen und mich beschweren, dass der keine Tore macht. Au, das machen wir ja gerade. Aber wir stellen ja aktuell Salif Sané in den Sturm, wenn wir hinten liegen. Oh. Ah, weiter geht's. Beste Leben. Sebastian Nübel, der nach Bayern geht. Verstehe, wer will. Habe ich auch nicht verstanden. Der Typ macht zwei Torwartfehler und alle schreien, ah Nübel der Wichser. Ja, der ist mit den Gedanken schon in Bayern. Nübel der Sohn, der kann gar nichts. Erstmal öffentlich hinsetzen und sagen, Herr Nübel ist schuld. Wir haben aktuell eine sportliche Talfahrt, aber der Nübel ist ja auch nicht so sicher, der ist mit den Gedanken nicht bei der Sache. Erstmal einen neuen Torwart rein. Habe ich Sebastian Nübel gesagt? Alexander Nübel. Sorry, sorry. Ich weiß nicht, wie ich auf Sebastian kam. Ich war noch, glaube ich, bei Rudi. Alexander Nübel. Und also hat Schalke, seitdem Nübel aus dem Tor ist, nochmal ein Spiel gewonnen? Ich glaube nicht. und die wollten mir einfach erzählen, dass fucking Nübel schuld ist. Haben wir seitdem nochmal ein Spiel gewonnen? Ich weiß, ich glaube nicht, ne? Ich glaube, seitdem Nübel raus ist, haben wir kein Spiel mehr gewonnen und irgendwie so 300 Gegentore gekriegt und die wollten mir... Digga, das ist so krass. Das ist so krass. Was in diesem Verein in den letzten Jahren für scheiß abgegangen ist. Könnt ihr euch noch dran erinnern, nach der Vizemeistersaison? Erstmal schön den Vertrag mit Tedesco und Naldo verlängert. Ja, der Tedesco, mit dem sind wir auf einem guten Weg. Mit Tedesco sind wir auf einem guten Weg. Wir wollen jetzt Dortmund für Arme machen und hier zehn Jahre lang den gleichen Trainer haben. Gleichzeitig, ein 36-jähriger Naldo, der die Saison seines Lebens spielt. Ah, nee. Wir stehen immer hinterm Naldo. Der Naldo ist ein dufter Typ. Der ist zwar schon 36, aber der spielt noch länger bei uns. Der Naldo ist so super. Halbes Jahr später Naldo einfach verkauft. Einfach verkauft. Ja, das ist mein Verein. Das ist mein Verein. Könnt ihr euch noch dran erinnern, als David Wagner in der Hinrunde kam und so meinte so, yo, Leute, wie bist du David? Viele Leute kennen mich nur aus, ich bin der Trauzeuge vom Klopp und, ähm, aber ich hab mal in der Premier League trainiert und ich hab mir jetzt vorgenommen, mit diesem Verein Offensivfußball zu spielen. Sechs Monate später sagt der gleiche Typ, ja, der Kader ist scheiße, wir haben so viele Verletzte. Ich kann quasi nichts anderes machen, als mit fünf Innenverteidigern in Düsseldorf spielen und 30% Ballbesitz haben und eine Passquote von 4%. Mir, mir als Trainer bleibt eigentlich nichts anderes übrig. Ich mein, ich hab zwar Kutucu auf der Bank, aber Kutucu, der ist ein mehrfach verurteilter Straftäter, ja, der hat Hunde getötet, Menschen, Katzen, alles, den darf ich ja nicht spielen lassen. Also irgendwie, wenn man's so, so ein bisschen distanziert betrachtet und sich einfach nur über den Verein lustig macht, Leute, dann könnt ihr, dann kannst auch du, Schalke-Fan werden. Dann kannst auch du, Schalke-Fan werden. Du musst es einfach nur so ein bisschen distanziert betrachten, deine Füße hochlegen, zack, zack, dein Ruhepuls muss unter 180 gehen und dann guckst du dir das so an und denkst dir einfach nur so, ha, die Trottel, guck mal, ah, die Trottel, ah, ha, wenn du das so machst, dann ist Schalke 04 genau dein Verein und das mach ich diese Saison, weil solange die Pisser, solange die Wichser mit vier Innenverteidigern in Spiele beim 16. gehen, ja, ich freu mich, ich freu mich auf das Spiel gegen Bremen, gegen den 17. Da mauren wir uns wieder zu Tode und Alessandro Schöpf auf der 10 parkt, ohne Konkurrenzkampf, auf einer Position, die dieser Mensch de facto nicht spielen kann und fucking Guido Burgstaller in der Sturmspitze von Anfang an und Achmed Kutucu auf der Bank, solange diese Scheiße passiert, gehe ich genauso in die restlichen verbleibenden Spiele in dieser Saison, weil sonst ist es nicht gut für meine Gesundheit, weil ich werde mich einfach nur aufregen und womit? Mit Recht, weil dieser Verein einfach diese Saison jeden einzelnen Fan gefickt hat, man. Also ich sag's euch ganz ehrlich, ich fühle mich diese Saison einfach nur gefickt, man. Weil mir von diesem Verein vermittelt wird, ja wir können ja eigentlich nichts anderes machen. Also wenn wir ausgliedern würden, dann wäre alles besser. Dann guckt uns an, wir sind so, wir können so gut mit Geld umgehen, wir sind alle so vom Fach, wir wären quasi schon Meister. Das vermitteln die mir aktuell, Alter. Mir wird einfach von der Vereinsführung vermittelt, dass wir irgendwie Pech haben und dass wir jetzt ausgliedern müssen. So, da ist keiner mal, der sagt so, ja ey, was wir aktuell machen, ist eine Frechheit. Wir müssen jetzt mal zusehen. Sag keiner. Nein. Nein. Da wird sich noch ein drauf gefeiert. Ja, ja, Digga. Geil, Alter. 1-0 in Düsseldorf geführt. Oh, 30% Ballbesitz. Ah. Hm. 35% Passquote. 1-0 geführt. Ah, 2-1 verloren. Scheiße. Naja, hätten wir mehr Geld, hätten wir das Ding 5-0 gewonnen in Düsseldorf. Nee, ohne Spaß. Was ist Schalke-Thema? Ich bin raus, was das Thema angeht. Komm, wir machen FIFA. Ich habe keinen Bock mehr. Morgen, morgen 15.30 Uhr, wenn ihr keinen Bock auf Konferenz habt, guckt euch einfach mal ein Einzelspiel von Schalke an. Das ist lustig. Das ist wirklich geil. Das ist der Hammer. Das ist wirklich der Hammer. Morgen 15.30 Uhr. Gönnt euch Leute. Gönnt euch. Es wird super. Gönnt euch. Vielen Dank.